Freunde, bin ich froh, dass ihr endlich hier seid. Wo liegt das Problem, Zuma? Da! Das Mehrfeldfreundjunge ist durch diesen Mast in der Kajüte eingesperrt. Wir haben versucht, ihn wegzuräumen, aber er klemmt fest. Wir müssen die Kleine befreien. Versuchen wir es mit dem starken Greifarm des U-Mobils. Gute Idee, Ryder. Zuma, Skye, versuch die Tür zu öffnen. Sie klemmt, Ryder. Durch den Mast muss sich der Türrahmen verzogen haben. Oh, oh, das Schiff wird abrutschen. Ich wünschte, ich könnte irgendwie helfen, die Kleine zu befreien. Captain Turbott, Sie müssen mit Ihrer Tauchglocke die Tür aufbrechen. Ei, ei, Ryder. Skye und Zuma, ihr schwimmt in die Kajüte und holt die Kleine, sobald die Tür aus dem Weg ist. Das machen wir. Schwemmen wir beiseite. Los, Captain Turbett. Haltet euch fest. Sky, Zuma, los. Warte, wo ist sie nur? Meerfellfreund? Kleiner Meerfellfreund, wo bist du? Oh, Zuma, da drüben. Ich glaube, die Kleine hat Angst. Wir sind hier, um dir zu helfen. Wir wollen dich zurück zu deiner Mama bringen. Hörst du? Fellfreunde, beeilt euch. Oh, da ist Sky und sie hat das Junge. Sie sind aus der Kajüte raus. Ja, sie haben es geschafft. Ja, juhu. Oh, nein. Zuma. Mein Schwanz ist eingeklemmt. Freunde, da kommt eine Menge ziemlich großer Dinge auf euch zu. Oh, oh. Wahnsinn. Was ist denn da unten los? Oh, das ist nicht gut. Oh, nein. Jetzt ist Zuma eingesperrt. Wenn wir ihn nicht aus diesem Schiffswag rausholen, bevor der Vollmond über dem Mast steht, wird er wieder zu einem vierbeinigen Fellfreund. Wir müssen ihn da rausholen, bevor er sich zurückverwandelt. Aber wie, Ryder? Wir brauchen Hilfe, um den Rumpf aufzubrechen. Vielleicht kann Rocky uns helfen. Au. Hä? Sky? Das, das, das. Hallo, kleiner Meerfellfreund. Juhu, ich bin ein Meerfellfreund. Juhu. Ryder, da drüben. Äh, wow. Wow, ist das Rocky mit einem Fischschwanz? Und dabei geht er sonst nicht mal in die Nähe einer Badewanne. Ah, so klappt es nicht. Rocky, benutze deinen Werkzeugarm, um die Schrauben zu lockern. Verstanden, Ryder. Schraubendreher. Ja. Zuma? Hallo, Rocky. Danke, Kumpel. Ja. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Oh.